Das kann man nach einem anstrengenden Tag machen. Zum Beispiel die Decke anstarten. Selbst das ist eine Wohltat. Oder man versucht sich einfach nochmal ein bisschen mehr anzustrengen. Wer weiß, wofür das gut ist. Drei, zwei. Okay, das lassen wir lieber. Oder manchmal muss man einfach klein anfangen und sich dann steigern. Und in dem Fall geht das so. Eins, zwei, drei. Wobei ich eher sowas momentan oder sowas oder sowas bevorzuge. Aber morgen ist auch wieder ein Tag. Da könnte man dann einfach wieder mal ein wenig laufen gehen. Aber für heute ist das Thema von vom Tisch. Man könnte auch sagen, die Frage ist doch einfach, lassen wir die Seele noch baumeln? Oder denken wir schon wieder an den nächsten Termin? Wieso steht hier September? Da seht ihr mal, wie gut es ist, YouTube-Videos zu drehen. Weil, dann sieht man, dass sein Kalender, den man aufgegangen hat, nicht mehr up-to-date ist. Bald ist schon November und jetzt ist noch Oktober. Wie auch immer, Hauptsache man ist zu Hause und schläft am Ende des Tages in seinem eigenen Bett. Also, gute Nacht, bis morgen. Bis zum nächsten Mal.